Hallo und willkommen zurück zu Let's Build Super City in Cities Skylines After Dark. Willkommen zurück in unserem kleinen Deutschland, was ich hier gebaut habe. Ja, ich habe zwar noch einige Stellen, also hier unten finde ich es noch nicht so ganz so schön. Ich lasse es aber erstmal so. Wenn euch eine große Stelle stört, sagt bitte Bescheid. Ich konnte leider nicht auf die Kommentare der letzten Folge eingehen, das hätte ich gerne gemacht. Falls es die Kommentare gibt, es kommt ja auch mal zuvor, dass es gar keine Kommentare gibt. Aber falls jemand sich gemeldet haben sollte, wäre ich gerne darauf eingegangen. Leider wollte ich die Folge eigentlich heute raushauen, nur mein Internet. Oder erst meinte mein Renderprogramm, nee, das lassen wir jetzt mal. Und ich lasse das Video nicht vernünftig rendern. Und dann meinte mein Internet, nee, ich bin so langsam, dass ich das Video nicht mehr rauskriege. Und da ich nicht der Einzige hier bin, der Internet braucht, kann ich nicht den ganzen Tag uploaden. Das geht leider nicht. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen, wie sagen wir es am besten, ja, muss ich die Folge Tag später raushauen. Das würde ich sagen. So, hier unten muss ich aber nochmal was korrigieren, das mache ich jetzt auch mal eben. Und, ähm, haben wir eigentlich Geld für noch eins, ja, dann können wir das nochmal kaufen, das ist wichtig. Ähm, Stadtgrenze wurden schon offiziell erweitert, Dankeschön. Ähm, hier unten sieht es dann nicht ganz so toll aus. Das ist so die einzige Ecke, sonst, sage ich, sieht das Ganze in Ordnung aus. Äh, äh, perfekt, weil wir es nicht hinkriegen. Aber wie schon bei meinen anderen Projekten, zum Beispiel Arcadia Bay, Springfield oder auch Mordor, sage ich, das ist, gut, Mordor ist jetzt nicht wirklich Mordor, sondern so ein kleiner Bereich. Aber, sage ich halt, dass das mein Deutschland ist und es nicht ganz akkurat ist. Und das werde ich auch nicht schaffen. Und, äh, ja, da gibt es immer Stellen gegeben, die, äh, nicht so schön aussehen. Wenn euch etwas wirklich extrem stört, bitte meldet euch. Aber sonst werde ich das wahrscheinlich erstmal so lassen, bis auf diese eine Stelle. Das ist hier nicht schön geworden, wenn man überlegt, hier muss noch eine kleine Kante rein. Das muss ein bisschen weiter hier nach außen und dann muss es hier eigentlich so ein bisschen wieder reingehen. Das machen wir so. Moment. Ähm, die Größe noch ein bisschen kleiner. So wieder ein bisschen, wenn ich jetzt so zu schräg ansetze, ne, nee, ich kann nicht so schräg ansetzen, das ist schon gar nicht so falsch. Dann muss ich hier ein Stück rausgehen. So, wo sind wir denn jetzt? Was liegt denn da an der Nebenstadt? Ich habe leider gerade keine Kante mit großen Städten. Werde ich da schon erkennen. In Bayern hier ein Stück noch verändern. Dann muss ich eigentlich wieder so ins Landesinnere gehen. Hier so ein bisschen so runter. Kommt her. So, dass man euch auch erkennt. So, vielleicht so in der Richtung. Und dann wieder hier unten so eine Ecke drin haben. Die wir jetzt hier haben werden, denke ich. Ah, das ist auch zu wenig, ne? Ja, ich mache jetzt ein bisschen Landschaftsarbeiten im Let's Play. Letzte Jahr habe ich mal alles. Aber ich dachte jetzt eigentlich, dass diese Folge dauert das nicht so lange. Und deswegen mache ich das jetzt mal onscreen. Boah, das sieht jetzt, das sieht jetzt hässlich aus. Ich hoffe, ich versaue nicht schon wieder alles. Das kriege ich nämlich öfters hin, dass ich etwas ganz, ganz gut aussieht. Einfach nur versaue, weil ich es zu perfekt machen will. Ich hoffe, das wird jetzt nicht der Fall sein. So. Nochmal. Die bayerische Küste. Ja, also bei mir schon Küste. Das sieht gut aus. Dann hier so eine kleine Sache, die so geht ungefähr. Und dann hier ordentlich ein bisschen rausgehen. So. Kommt hoch. So, so, so. Ist das zu? Na gut, kann man vielleicht sogar so anbieten, wenn man das... Ne, das ist zu. Jetzt muss ich wieder wegmachen. Ich versuche es nicht ganz so extrem zu machen. Das ist gar nicht so leicht. Jetzt könnte es vielleicht... Vielleicht ist es auch ganz schön, wenn man ein bisschen live noch miterlebt, wie ich so versuche, das nachzubauen. Ich darf nicht so schräg. Ich muss eigentlich so eher ansetzen. So würde ich sagen. Ich setze so an, würde ich sagen. Und dann kommt gleich die Kante hier rein. Ich hoffe, es ist nicht zu südlich. Und dann kommt hier ein bisschen. Und dann müssen wir gleich die Kante reinsetzen. So. Dann setzen wir hier die Kante rein. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. In Bayern. So. In die Kante. Und dann müsste es hier eigentlich wieder so runtergehen. Genau. Ja, das ist in Ordnung, würde ich sagen. Dann müssen wir das nur jetzt hier anpassen. Einmal hier den... Ich habe auch letzte Folge erstmal herausgefunden, wie dieses Kletzungswerkzeug funktioniert. Das wäre ja total einfach gewesen, auch mal andere Projekte zu bauen. Aber ich habe es eben gerade erst herausgefunden. Falls ihr ab und zu seht, dass ich mit der Maus so nach rechts gehe. Das liegt daran, dass ich dann auf die Karte gehe. Das ist ja so aktiviert, dass ich... Äh... Die Bildschirmaufnahme dabei nicht stoppt. Sondern einfach... Ihr seht eben nur meinen linken Bildschirm. Auf der rechten Bildschirm liegt die Karte, wo ich das abzeichne, kann man sagen. Jetzt gucken wir gleich mal, wie es aussieht. Ob es nicht... Ob es einigermaßen geht. Ja! Hm. Ich glaube... Wartet. So, da ist die Karte. Weil ich ab und zu mal hin und her switche zwischen Karte und Outer City, um zu gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Ja! 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 Ja, ist in Ordnung. Ganz einfach, ist in Ordnung, sage ich jetzt einfach. Ich würde hier vielleicht noch ein bisschen... Ist in Ordnung und baue trotzdem wieder um. Ne, ein bisschen baue ich das hier noch weg, weil sonst ist mir das zu... So... Kommt, ein bisschen runter hier. Dankeschön. Und dann werden wir jetzt hier die Küste anpassen. So, um das gerade zu haben. Jetzt ist die Frage... Normalerweise müsste ich ja die norddeutsche Tiefebene deutlich tiefer bauen als zum Beispiel Mittelgebirge oder auch südlich vom Mittelgebirge. Also alles, was von Hessen, Bayern, Baden-Württemberg... Das ist ja alles ein bisschen höher gelegen, deutlicher als im Norden. Soll ich das auch höher legen oder soll ich jetzt einfach so eine kleine Mittelgebirgskette, wo die Flüsse einsetzen? Ich werde als erstes, glaube ich, die Flüsse bauen. Das ist, glaube ich, das wichtigste Part. Die werde ich auch brauchen, um mich daran zu orientieren, wo die Städte hin müssen. Denn, das werde ich jetzt schon mal verraten, ich habe natürlich vor, Städte zu bauen. Deutsche Städte. Berühmte deutsche Städte. Werden so... Wichtigste Wahrzeichen werden nachgebaut, sage ich mal. Hier in Bayern gibt es keine Inseln. Ja, ist halt halt alles Küste hier. Ich müsste echt mal eine Karte entwerfen, wo man so Europa nachbaut. Das wäre cool. Wenn ich mal Lust zur Zeit habe, mache ich es mal. Aber versprechen will ich da nichts. Ich verspreche da generell nichts mehr auf dem Kanal. Da habe ich nicht vor. Aber ich muss mich da echt zusammenreißen. So, was das Erste, was ich... Aber allererste, was ich jetzt machen werde, ist... Ich baue mal hier die... Ich sauge mal hier das Wasser ab. So. Warum war noch viel Wasser? So, wo ist denn hier das... Ach, könnt ihr mal... Ich will eine ganz normale Karte haben. Dankeschön. So, da haben wir Wasser, da haben wir Wasser. Hier ist noch viel Wasser, ne? Hier ist tatsächlich überall Wasser hingesetzt. Zack, können wir hier das absaugen. Da saugen wir ab. Da. So. Haben wir noch irgendwo Wasser? Da oben. In... Nord-Niersachsen ist noch Wasser. Da haben wir es. So, einmal absaugen. Ach, hier kommt da. Und hier noch Wasser absaugen. Dankeschön. Hier müssen wir die Küste gleich mal ein bisschen anpassen. Die steht noch ein bisschen hoch. Das ist natürlich nicht ganz so logisch. Und in... Mecklenburg-Vorpommern haben wir hier noch richtige Seenbildung. Kann auch daran liegen, dass hier total niedrig noch ist. Da muss ich nochmal mit dem Landschaftswerkzeug ran. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt in Ordnung ist. Dass das ein bisschen jetzt mal... Das live mache. Aber es sind halt nur so Kleinigkeiten. Aber Kleinigkeiten, die halt auch dauern können, ne? Ich hab bereits überlegt, ob ich die Flüsse alle wieder mit... ...so zusammenfassend mache. Aber ich dachte, komm, jetzt kann ich das mal machen. Oben. Wer hat noch nicht erkannt, dass das Rügen... Rechts ist hier oben. Wo ist das? Das ist Rügen, ja klar. Das andere ist Fehmarn. Hier ist... Das soll irgendwann mal Fehmarn sein. Fehmarn sieht mir so geil aus. Egal. Da haben wir Rügen. Dann... Hier eben... Die sind natürlich... Die sind nicht richtig in der Anzahl, aber... Die ostfriesischen Inseln habe ich jetzt einfach mal so angedeutet damit. Denn es sind nicht vier... Wie viel hab ich denn gemacht? Vier, ne? Ja, fünf. Sind es fünf ostfriesischen? Tut mir leid, das weiß ich gerade nicht. Könnte ich jetzt nachschauen. Ah, ich zähl mal hier oben auf der Karte, wenn ich die erkenne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sechs oder sieben. Ich weiß nicht, ob die alle dazugehört. Äh, ostfriesische Insel. Das kann ich natürlich hier nicht so ganz genau nachmachen. Dafür, äh, ist... Die Landschaft, die ich gewählt habe... Watt, 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 watt. Habe ich das gerade runtergesagt? Hat irgendwas Ausdruck runtergesetzt? Nein, habe ich nicht. Ähm, zu klein. Was passiert? Wenn ich... Wird das Meerwasser, wenn ich das hier angleiche? Naja, gut. Jetzt wollen wir erstmal die ganzen Sachen mit dem Fluss verbinden. Die brauchen wahrscheinlich gleich auch noch alles Strom, oder? Um zu arbeiten, ja. Vielleicht gleich mal Stromleitungen verlegen. Das kommt natürlich später alles wieder weg. Aber das ist jetzt erstmal, um Deutschland trocken zu legen, kann man sagen. Das hätte ich eigentlich offline machen können. Aber gut. Jetzt mache ich es online. Ich finde es ja auch immer ganz nett, wenn die Leute mitbekommen, was ich so hier treibe und nicht immer... Ich habe auch viel gelesen, dass... Also bei vielen anderen YouTuber ist der auch immer so, dass die Leute sagen, ich will lieber Meer sehen. Ich mag es nicht so, wenn ich irgendwie die Hälfte nicht mitbekomme von den Sachen. Und ich meine, Deutschland... Das Bauen hat echt gedauert. Ach komm, natürlich brauchen alle noch Strom. Ach, hier oben fließt das Wasser sogar weg. Sehr, sehr schön. Kommt das hier rein? Ach, weil ich die Küste wahrscheinlich verändert habe. Überschwemmt das hier wieder. Na, klasse. War ja klar. So, haben wir noch irgendwo anders vor sich Wasser... Wasser verteilt sich auch irgendwie. Ne, brauche ich die Teile gar nicht. Aber hier so ein Mittelsee, der... Ist schon noch da. Okay, ich weiß nicht, ich verbinde die jetzt einfach mal. So. Vielleicht brauchen wir da auch gleich nicht mehr. Aber wir probieren es einfach mal. Bisher das größte Projekt von mir. Und auch das... Ja, also Springfield fand ich gar nicht so teuerlich gesagt. Aber das Problem ist echt, ich habe ein europäisches Pack drin. Da wird es schwer, Springfield dann irgendwann nachzubauen. Und das europäische Pack kriege ich auch nicht so einfach wieder raus. Zumindest habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. Falls jemand eine Möglichkeit weiß, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, wie ich dieses europäische Pack wieder raus... Also, wie ich von europäischem Pack wieder auf das amerikanische Pack wechseln kann. Das wäre echt super, wenn man da hin und her switchen könnte. Wahrscheinlich muss man das amerikanische Pack am Anfang auswählen. Und kann dann das europäische Pack zwischendurch auswählen. Das habe ich wahrscheinlich genau falsch rum gemacht. Aber gut. Ähm. Ich stoppe mal eben. Ich will jetzt eigentlich mit so einem Geld aus. Aber mal gucken, ob wir noch Plus machen. Wir haben so ein bisschen Plus verloren, sehe ich gerade. Aber ich hoffe, ich habe den Rush-Or-Mod neulich aktiviert. Es gibt nämlich einen neuen Mod, den ich unbedingt noch ausprobieren möchte. Das ist der Rush-Hour-Mod. Hat nichts mit SimCity 4 zu tun. Da gibt es auch eine Erweiterung Rush-Hour. SimCity 4 spiele ich hier mit letzter Zeit auch wieder. Ich habe es endlich mal wieder gefunden und hatte auch mal wieder Bock, kurz den SimCity 4 zu spielen. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen in der Stadtsimulationslaune. SimCity 4 meiner Meinung nach das beste SimCity. Aber das ist auch einer der wenigen... Das Einzige, was ich gespielt habe außer SimCity 5. Deswegen kann ich es eigentlich nicht sagen. Aber SimCity 4 ist meiner Meinung nach das beste Stadtbauspiel. Ist einfach so eine... Obwohl, nee. City Skylands ist besser, ne? Oh, das ist schwer. Das eine ist jetzt gegen Kindheitserinnerung. Das ist Kindheitserinnerung gegen... Ähm... Ähm... Realität, ich sag mal, gegen... Wie nennt man das? Eigentlich ist City Skylands besser. Eigentlich schon. Du hast mehr Möglichkeiten. Das Spiel sieht viel besser aus. Aber es sind City 4 ist halt Kindheitserinnerung. Früher auch, nee. Guck mal, ich hab mich gerne bezahlt. Deswegen... Kommt es wahrscheinlich auch für... Obwohl ich City Skylands wirklich was schöner finde. Weil du viel mehr Möglichkeiten hast. Aber so Landschaften bauen konntest du hier in City 4 auch. Da hab ich zwar nicht so große Projekte gemacht wie hier. Das mach ich so zum ersten Mal, aber... Trotzdem. Wir müssen auch nachher, wie wir sehen, hier, werdet ihr gleich sehen, die fahren über Land hier. Da müssen wir eigentlich nur was machen. So, hier die Küste anpassen. Ach, ich find's schade, dafür diese Schifffahrtswege nicht. Das heißt, wir müssen... Wir müssen gleich mal gucken, wo ich hier drüber fahne. Wir müssen da genau so... Wir müssen da in die Küste wieder verkleinern. Das heißt, Citys-Holstein wird wieder kleiner. Was eigentlich unlogisch ist, weil Citys-Holstein ist groß. Das heißt, wir müssen Citys-Holstein ein bisschen verkleinern. Oder wir bauen einen Kanal. Also eigentlich müssten wir hier unten einen Kanal bauen. Hier ist nämlich der Ostsee-Kanal, der liegt aber hier nicht hier oben. Oder? Ist da oben auch ein Kanal? Ne, ne? Also hab ich zumindest noch nie von gehört. Ich glaub, der Ostsee-Kanal liegt hier. So. So, so, so. Guck mal, wie das Wasser sich verhält, ob es überall weggetropft ist. Ja, so ein paar kleine Seelen haben wir noch. Noch irgendwo Wasser da ist, noch Wasser. Anpassen. Brandenburg, beziehungsweise... Brandenburg ist Mittelbuch-Volkommann. Haben wir noch Wasser. Fandeln kriegt hier runter. Komm. Ich hoffe, dass hier auch keine Wasserquelle liegt. Ich glaub, das ist nur ausreichend. Vielleicht müssen wir da einfach mal auch noch Dings aufstellen. Aber die verteilen sich ja noch. Also, die haben sich ja nicht gesammelt, das Wasser. Gut. Was wir jetzt schon mal machen können, ist die Flüsse. Das machen wir jetzt einfach schon mal in der Zeit. Wir fangen die Flüsse an. Elbe ist wichtig. Brauchen wir auch für eine Stadt. Natürlich Hamburg. Und... Den Rhein werden wir brauchen. Teile vom Main. Wenn da nicht auch eine berühmte Stadt dran ist, die ich haben bauen möchte. Natürlich. Also, ich baue ja immer nicht die ganze Stadt nach. Ich brauche immer so ein paar Sehenswürdigkeiten so als Stadt. Und ich werde auch ganz Deutschland mit Stadt bevölkern. Das heißt... Also, größtenteils Deutschland. Wahrscheinlich so kleine Gebiete nicht, aber... Größtenteils Deutschland mit Stadt bevölkern. Das heißt, es ist halt ein sehr versteckliches Deutschland. Aber... Mal sehen. So. Dann gucken wir mal. Wir müssen also... Der Elbe müssen wir hier rüber. So. Hier macht es eine ganz schöne Ecke. Hier runter Magdeburg. Dann hier wieder raus. Ungefähr. Ich probiere mein Bestes. Wir müssen also hier irgendwo anfangen. Eigentlich müssen wir hier auch so ein bisschen hier wieder rausgehen. Mit der... Ich gucke, ob ich auch nochmal kommt. Ähm... Wir können hier eigentlich nicht so... Wollen wir jetzt so sagen. Zack. Wir müssen eigentlich die Elbe... Die Elbe hier... Die Star würde ich sagen. Oder? Ist das so hoch? Scheiße, so hoch, ne? Äh... Na ja... Ist diese eine... Wie hält man das? Ja, es ist so angedeutet halt, ne? Ich deute das so ein bisschen so an. So die Gebiete. Was ich auch überlegt habe, ob man das so macht. Ja, das ist das... Ah, ist das zu groß? Das ist... Das ist so, ne? Das ist so ähnlich. Ja, wir lassen es mal so. Dann müssen wir hier eigentlich schon... Auch wieder runter gehen. Wir müssen dann hier rein mit der Elbe, würde ich sagen. Hier so rein. Ja, ist auch nicht so, dass... Ah! Ah! Ist doch schwer so nachzubauen, denke ich. So. Das ist... Gar nicht mal... So leicht. So. Ja. Ja. Komm, was anbieten, denke ich. Bauen wir hier die Elbe rein. Müssen wir... Am Anfang ist sie ja noch ziemlich breit. Quatsch. Runter. Hoch. Da müssen wir eventuell... Wir werden wahrscheinlich auch die ganze... Vielleicht die ganze Landschaft von Lauterstand noch ein bisschen tiefer leben. Das überlege ich. Aber das werde ich dann wahrscheinlich wieder off-green machen. Aber jetzt bauen wir erstmal die Flüsse. Hm. 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 Ach, Quatsch. Mal wieder... Mal wieder schließen. Also hier am Anfang ist die Elbe jetzt ziemlich breit. Hm. Müssen wir ein bisschen kleiner werden, denke ich mal. Ist das zu klein? Äh. Berge, genau. Hatte ich auch vor. Ähm. Hm. So. Ich glaube, das passt eher von der Größe her. Wenn wir jetzt hier durchgehen. So. Das muss auch ein bisschen niedriger noch. So würde ich eher runtergehen. Wenn wir jetzt sagen... Ja. Ein bisschen eher noch in die Richtung. Ah. Ist gar nicht so leicht. So. Wir haben da das. Ja. Unterhalb davon. Okay. So. Ich würde es jetzt hier so runtergehen lassen. So. Da. Bis da. Und dann... fängt die Elbe auf einmal an der Ecke zu machen. So. Das ist nur die... Das ist... Ja. Warte mal. Einmal gucken. Ja. Hier ist nämlich die Spree, die dann da reinfließt. Die werden wir vielleicht sogar auch andeuten. Aber ich glaube eher nicht. Die ist eigentlich zu klein. Natürlich brauchen wir die normalerweise für Berlin. Ich schaue mal, wie ich es mache. Und dann geht es hier runter. Hier eine kleine Ecke nach da. Und geht dann normalerweise hier runter wieder raus. Also sogar ein bisschen so. Dann wieder eine Ecke. Zack. Und dann hier so runter. Also... Liebe Elbenwissenschaftler. Also... Nicht die aus Heil der Ringe, sondern die von dem Fluss. Verzeiht mir, dass ich... Dass hier vielleicht ein bisschen falsch verläuft. Aber wie gesagt, ist mein Deutschland. Ja, so ungefähr kann man es zulassen. Das ist die Elbe. Ja. Komm. So. Ich muss natürlich noch ein bisschen runtergehen hiermit. Damit das Wasser da auch reinlaufen kann. Damit sieht es mir aus. Glieder Grand Canyon statt der Elbe. Liegt natürlich daran, dass noch kein Wasser drin ist. Aber auch... Das... Äh... Ja, wahrscheinlich machen wir gleich noch ein bisschen mehr Elbe hoch Wasser, wenn wir das Wasser hier reinlassen. Gab es ja wirklich schon öfter. So. Da unten... Wo ist denn Dresden? Dresden müssen sie dann hier unten irgendwo sein. Na ja, Dresden mal gucken, ob ich überhaupt nachbaue. Wie gesagt, man kann ja eigentlich auch nur die Städte nachbauen, wo man Gebäude für hat. Und für so München zum Beispiel habe ich auch keine Gebäude. Da werde ich aber was anderes nachbauen. Aber für München habe ich kaum Gebäude. Oder für... Für... So, ist das hier zu breit? Das sieht fast doof aus, weil das zu breit ist. Aber ich kann es sich ändern. Ich hoffe, es geht. Es ist natürlich ein bisschen überdimensioniert. Aber anders geht es nicht. Schauen wir mal. Boah, ich mache mal was. Ich möchte gerne hier so eine kleine Wasserquelle hinsetzen. Aber nur so eine kleine. Die so ein bisschen die Elbe Wasser bepumpt. Wie geht das? Wenn ich jetzt hier so sage, hier eine kleine Wasserfläche hinsetzen. Schauen wir mal, was passiert. Mal gucken, was die Uhr sagt. Oder die Folge sagt 20 Minuten. Schon krass. Ja, jetzt haben wir das Elbe-Wasser hier. Jetzt wird sich die Welle erstmal ordentlich durchs Land fegen. Mal gucken, ob die Elbe trotzdem bewässern können. Dann haben wir die Elbe schon mal. Da können wir uns gleich noch nie reinkümmern. Der auch wichtig ist. Welche Flüsse fehlen denn sonst noch? Welche sind große Flüsse? Also wir könnten Teile der Weser andeuten. Boah, weiß ich nicht. Ist hier zwar auch ein großer Fluss, wenn wir zum Beispiel Bremen noch bauen. Aber ich habe auch keine Gebäude für Bremen. Also passt das auch nicht so ganz. Also ich habe auch noch nicht überall geguckt für alle Gebäude. Vielleicht gibt es Gebäude für Bremen. Ich weiß es nicht. Ich überlege auch, ob ich das Gesamte hier ein bisschen niedriger ziehe. Das ist mir alles ein bisschen zu hoch hier. Das ist ja mega steile Küste. Und wahrscheinlich werde ich das Ganze in der Autosche-Tiefebene noch ein bisschen runterlegen. Das habe ich ja schon angekündigt. Und dann aber offscreen. Beziehungsweise wieder mit Zeitraffer. Jetzt bauen wir erstmal die Flüsse. Weil das sieht doch auch doof aus. Das ist ja nicht die Elbe. Das ist ja ein Grand Canyon dann. Boah, guck mal wie niedrig das Wasser auch hier ist. Krass, ne? Aber geht das denn? Läuft das hier durch? Müsste doch, ne? Müsste doch, ja. Das läuft, glaube ich. Das läuft, glaube ich, hier rein. Und fließt aber völlig in die falsche Richtung. Ich bin ja auch ein Idiot, ne? Jetzt lasse ich die Elbe von Norden nach Süden laufen. Ne, tut mir leid. Nochmal weg. Reset. Ich mache den auch wieder weg. Dankeschön. Ich möchte die natürlich die Elbe nicht von Norden nach Süden laufen lassen, sondern von Süden nach Norden, wie sie halt normalerweise auch läuft. Gibt es eigentlich einen Fluss in Deutschland, der von... Ja, gibt es. Obwohl, der läuft... Die Donau läuft gar nicht so... Die läuft ja von Westen nach Osten. Nicht so wirklich von Norden nach Süden. Schauen, was passiert mir jetzt von der anderen Seite. Wahrscheinlich gibt es jetzt gleich übelste Elbe und Wasser, wenn wir von der anderen Seite auch noch Wasser in den Fluss hineindrücken. Aber man erkennt es so ein bisschen, ne? Das ist schon ganz cool. Ich finde es schon cool, mit der Lichter sieht aus wie Deutschland und dann mit den einzelnen Städten. Aber das ist natürlich ein bisschen falsch. Da liegen nicht überall Städte. Obwohl, da liegen wahrscheinlich schon überall Städte, aber... Hier oben ist Bremen. Könnte man jetzt sagen. Das passt ungefähr. Dann kommt der Rhein, muss ich jetzt nächstes sagen. Ich will einmal gucken, ob das hier hinten funktioniert. Ich habe hier einen Wasserpunkt hingesetzt, ne? Hier ist aber auch unten nicht so breit, der Fluss. Normalerweise ist er da auch nicht so breit, aber wir müssen da ein bisschen, damit wir zumindest das Wasser da durchkriegen. So. Hier ist auch so eine Engstelle. Hier ist auch so eine Engstelle. Hier auch. So, ich hoffe, das geht so. So. Habe ich nicht da eine Wasserquelle hingesetzt? Ja, die sitzt da auch noch. Dann nehmen wir die nochmal weg und setzen die vielleicht genau hier vor. Mal sehen, was passiert. Wahrscheinlich überschwimmt das gleich ganz Deutschland. Aber wir schauen mal. Deus کہen. Bis zum nächsten Mal. ropeいます. Bis zum nächsten Mal. doing plan. policierslaX- inch